Ein wunderschönes herzliches Willkommen zur dritten Folge Let's Drive OMSI 2. In der letzten Folge sind wir auf Alheim V3 mit dem Mercedes-Benz U530G auf der Linie 163 von der Haltestelle Osterfeld Gewerbegebiet bis zur Universität von Alheim vorgefahren. An dieser Stelle werde ich jetzt meine Fahrt fortsetzen und wir werden jetzt weiterhin auf der 163 in einem dritten Part weiterfahren. Ach, Kirsten, das sollte man zumachen. Oh, die schlechte Riesse oder die Direktur. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nächste Haltestelle, Fachzentrum Umwelttechnik. Ich hoffe, die Haltestelle stimmt jetzt, was er da angesagt hat. Durch die luxuriöse Technik des U-Bizgerätes, was automatisch weiterschaltet, hat man sich so daran gewöhnt, dass man jetzt vergisst, immer ständig die Haltestelle anzahlen ist, weiterzuschalten. Deswegen, ich fahre jetzt einfach hier ohne Anklagen. Hallo. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Leider funktionieren ja im KI-Verkehr die Citaros mit dem Morphi Soundpack V3, leider funktionieren die Busse nicht im KI-Verkehr. Deswegen, ich hätte lieber einfach selber ein Bus spawnen können mit Morphi Soundpack. Da hören sich die Citaros auch nach dem Citaro Bus, also nicht nach halb MAN und halb Beflugzeichen. Als ob ein MAN-Bus mit einem Mercedes-Benz Citaro gekreuzt werden. Ach, da liegt ja noch Geld auf dem Zahltisch. Sollte man wegzukriegen. Vielleicht gleich raus, kommen wir alleine weiter. Sollte man weg. Das war's. Da suchen wir ein Auto auf dem Fußbaden und können alle keine Verkehrszeichen lesen. Geht's da schön langsam fahren. Jetzt wollen aber viele Leute mit. Hallo. 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 Wir sind zwei, dann drei, vier, fünf und zehn. Hallo. Hallo. Ciao. Hallo. 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 Wir sind zwar schon mal auf dieser Strecke unterwegs gewesen, aber wir sind auch schon mal auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Wir sind auch schon mal auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Wir sind auch schon mal auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.